Hi und herzlich willkommen. Ich wollte euch heute mal was zeigen. Habe ich im Internet bestellt, gab es noch nicht so geschenkt, sondern habe ich mir geordert, weil ich immer so einen Streifen haben möchte. Und das sind jetzt zehn Meter, die ich bekommen habe. Ich glaube, hat gekostet 15 Euro von TASMORE, bestellt bei Amazon. Und es kommt mit einer Fernbedienung, sieht so aus. Und die Fernbedienung hat aber noch einen Gag mit dabei. Die hat noch einen Bluetooth-Ressieber mit dabei. Das heißt, ihr könnt über eine App, das habe ich gerade eben probiert, das klappt richtig super, das Ganze ein- und ausschalten. Dabei ist hier so ein kleiner Infrarotsensor, der ist mit dazu. Natürlich so Klebeteile sind mit dabei zum dran machen. Die kommen direkt mit. Es ist ultra hell. Also ihr könnt das nur ahnen, wie hell es ist, weil die meisten darunter leiden, dass es nicht funktioniert. Es ist sehr günstig. Und ihr könnt es also in 5.000 verschiedenen Farben einstellen, wie ihr das wollt. Es geht sogar zur Musik. Das ist das ganz Witzige. Das heißt, ihr könnt also das zur Musik tanzen lassen. Ihr könnt also jetzt sagen, okay, das ist jetzt die Musik als Beispiel. Eins, zwei, drei, vier. Dann habt ihr so einen kleinen Disco-Effekt mit drin. Das nimmt ihr irgendwie beim Mikrofon auf und während ich spreche, ändert sich dann auch die Farbe. Also wer drauf steht. Da habt ihr hier die Farben. Die sind hier vorne drauf. Die kann man bei der Musik dann auch ändern. Ah, ah, das wäre jetzt so Disco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geil, hab ich noch gar nicht ausprobiert zur Musik. Das ist ziemlich cool. Da kann man es einstellen. Hier vorne seht ihr vielleicht. Kann man zum Schlafen einstellen. 30, 60, 90 oder 120 Minuten. Man hat tausend von Farben. Ihr könnt Strobus machen. Solche Flashes und so weiter. Aber ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt, einfach Weiß machen. Und wie ihr seht, also die Infrarot-Fernbedienung, die geht ultra weit. Hier ist zum Beispiel Nachtmodus. Dann wird das Ganze gedimmt. So eine Art Nachtlicht. Aber ihr könnt auch blaues Nachtlicht machen. Und ihr könnt natürlich die Intensität könnt ihr einstellen. Dann nochmal. Volume könnt ihr einstellen, wenn es Musik gesteuert ist. Und hier die Kette könnt ihr in der Mitte dann auch schneiden. Heißt, wenn ihr jetzt ein anderes Wohnmobil habt, dass das, so eine Schnittkante, könnt ihr durchschneiden und das dann bei euch im Wohnmobil an den Stellen installieren, wo ihr noch kein indirektes Licht habt. Das Ganze wird einfach in USB eingesteckt. Alles, was ihr braucht, ist so ein USB-Adapter. Da steckt es gerade drin. Und der versorgt sowohl den USB hier, nee, den Bluetooth-Dongle mit dem Mikrofon eingebaut, als auch den Infrarot-Dongle. Ja, kommt auch so eine Rolle. Sieht so aus und kostet, ich glaube, 15 Euro haben wir bezahlt. Kann noch ein bisschen mehr sein, so plus minus. Könnt ihr mal nachschauen. Also Tastmore 10 Meter LED-Strip funktioniert. Ihr könnt übrigens mit der App, die da ist, mehrere zeitgleich einstellen. Man kann nämlich die Receiver auswählen auf der linken Seite. Dann könnt ihr verschiedene Bänder dann explizit anwählen. So, jetzt mache ich mal Weiß. Das ist Weiß. Das hier wäre dann, gibt es halt verschiedene Farbschartierungen, die drauf sind. Man kann aber die Farben auch wählen aus irgendwie 100.000 verschiedenen und das Ganze dennoch, wie gesagt, mit Auto einstellen lassen, blinken lassen, Weihnachten. Aber ich stehe eigentlich eher so auf Weiß oder Warmweiß, was irgendwie kommt. Ja, danke fürs Einschalten. Und vielleicht habt ihr ja Bock, euer Wohnmobil ein bisschen aufzupeppen, mit Bluetooth, Fernbedienung und einer Zeitsteuerung. Tschüss.